Turteln Silla Schahin und ihr Samuel bald im Winter Wonderland? Geht es nach der schönen Schauspielerin dann auf jeden Fall. Uns verrät sie nämlich ihre Pläne und Wünsche fürs Weihnachtsfest. Wir fahren dieses Jahr nach Österreich und ich hoffe, dass es zu Weihnachten schneit, weil die Familie von meinem Mann lebt auf dem Land und das stelle ich mir ganz schön vor. Aber Silla feiert nicht nur zusammen mit Samuels Verwandten. Das Einzige, was dieses Jahr neu sein wird, ist, dass meine Mutter auch dabei ist. Die perfekten Menschen hat Silla schon mal um sich rum. Zum ganz großen Weihnachtsglück fehlen jetzt nur noch Schneeflöckchen pünktlich zum Fest.